Jamil Walker, ein gewöhnlicher Angestellter, verbringt seine Tage damit, in Medieval World zu arbeiten, einem kämpfenden Themenpark. Der Besitzer sorgt sich um die finanziellen Probleme des Parks, die durch die bevorstehende Eröffnung von Castle World, einem konkurrierenden Park, der bereit ist, ihr Geschäft abzusaugen, verschärft werden. Verzweifelt nach frischen Ideen, um den Bankrott abzuwenden, hängt die Zukunft des Parks in der Schwebe. Während einer Routineaufgabe, B.I., der er den Graben des Parks reinigt, stolpert Jamal eines Nachmittags über eine im Wasser glänzende Medaille. Ihr potenzieller Wert weckt sein Interesse, vielleicht ein 35-Dollar-Schmuckstück aus dem Geschenkeladen. Doch als er danach greift, führt ein Fehltritt dazu, dass Jamal in die flache Tiefe stürzt. Als er aus dem Wasser auftaucht, befindet er sich an unbekannten Orten und schließt daraus, dass er nach Castle World, dem benachbarten Park, transportiert wurde. Unwissentlich findet sich Jamal ins England des 14. Jahrhunderts versetzt. Seine erste Begegnung ist mit Nolte, einem zerlumpten Betrunkenen in alter Kleidung. Jamal hält Nolte irrtümlich für einen Parkmitarbeiter im Kostüm, geht an ihm vorbei und erkundet die geschäftige Stadt. Seine Aufmerksamkeit wird auf ein majestätisches Schloss gelenkt, das Zentrum von Castle World. Eifrig, es zu erkunden, versucht Jamal einzutreten, wird jedoch prompt von wachsamen Wachen gestoppt. Auf die Frage nach seiner Herkunft erwähnt Jamal Normandy und bezieht sich dabei auf die Normandie-Region von Los Angeles. Die Wachen jedoch halten ihn für einen französischen Maurin, einen erwarteten Besucher von nächster Woche. Mit Erlaubnis betritt Jamal den Markt und taucht in das lebendige Treiben ein, staunend über die Authentizität der im 14. Jahrhundert gehaltenen Kleidung aller. Unbewusst seiner Zeitreisesituation bewundert er die akribischen Details des Themenparks. Seine Aufmerksamkeit wird von Victoria, einer auffälligen jungen Frau im geschäftigen Markt, gefesselt. Jamal sammelt seinen Mut, um sie anzusprechen und eine Verbindung herzustellen. Ihre Begegnung wird jedoch grob von dem tyrannischen Kommandanten General Percival unterbrochen, der seine Dominanz über die Stadtbewohner, einschließlich Victoria, behauptet. Als Percivals Annäherungen unangemessen werden, greift Jamal ein und droht, sein Verhalten dem Parkmanagement zu melden. Seine Kühnheit erregt die Aufmerksamkeit eines mysteriösen Fremden, der ihn zum König bringt. Für einen Boten gehalten, findet sich Jamal in königlichen Angelegenheiten wieder, als der König Informationen über die bevorstehende Ankunft des Herzogs von Normandie sucht. Später an diesem Tag wird Jamal unwissentlich in die düstere Realität mittelalterlicher Justiz geworfen, als er eine Hinrichtung miterlebt. Zunächst betrachtet er dies als Teil der immersiven Erfahrung des Parks. Doch seine Wahrnehmung zerbricht, als er den abgetrennten Kopf des Rebellen aufhebt und die harte Realität seiner neuen Umgebung konfrontiert. Nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt hat, entdeckt Jamal sich in seinem Gemach, begleitet von Victoria. Er trägt das Medaillon aus dem Graben, was sie glauben lässt, dass er ihre Sache teilt. Victoria enthüllt ihr ähnliches Medaillon und signalisiert Jamals unbeabsichtigte Verbindung mit den Rebellen. Die Rebellen, einschließlich Victoria, streben danach, den König zu stürzen und Gerechtigkeit im Königreich wiederherzustellen und schließen sich gegen sein unterdrückerisches Regime zusammen. Mitten in Jamals Verwirrung über das Datum 1328 n. Chr. wird er zunehmend ängstlich, in seine eigene Zeit zurückzukehren. Seine Sorgen werden jedoch vorübergehend beiseite geschoben, als sie von einem Wächter unterbrochen werden, der sie zu einem Ausritt einlädt. Selbst der König amüsiert sich über seine unkonventionelle Technik und lädt ihn zu einem königlichen Abendessen später am Abend ein. Bei dem langweiligen königlichen Abendessen kommt Jamals lebendiger Geist zum Vorschein, als er die Tanzfläche betritt und eine elektrisierende Energie entfesselt, die an sein zukünftiges Selbst erinnert. Seine ansteckende Begeisterung entfacht die Party und alle schließen sich dem Fest an. Inmitten der lebhaften Atmosphäre erlebt der Palast die lebhafteste Party, die er je veranstaltet hat. Inmitten der Feierlichkeiten nutzt Prinzessin Regina den Moment, um Jamal einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen zu setzen und ihre lang gehegte Zuneigung zu ihm zu offenbaren. Allerdings erwischt Percival sie dabei und ist über Jamals Kühnheit empört. Zwei Rebellen, die den König angreifen wollen, vereitelt, als Jamal an einem Kronleuchter schwingt und heldenhaft landet, um den Monarchen zu schützen. Nach dem Chaos wird Percival für seine Fahrlässigkeit getadelt, während Jamal gelobt und zum Leiter der Sicherheit ernannt wird. Trotz Percivals kochender Eifersucht ist er gezwungen, die Entscheidung des Königs zu akzeptieren. Jamal übernimmt seine neue Rolle mit einer Vielzahl von Verantwortlichkeiten. Bevor Jamals Plan, den Eingang des Schlosses mit seinem Kopf zu sichern, umgesetzt werden kann, ruft ihn der König wegen einer drängenderen Angelegenheit. Ein Bauer, der erwischt wurde, wie er eine Rübe aus dem königlichen Garten stahl, um seine hungernde Familie zu ernähren, steht wegen seiner Tat vor der Hinrichtung. Als Sicherheitschef ist Jamal damit beauftragt, die Hinrichtung zu überwachen. Er befreit den armen Bauern und gibt ihm sogar etwas Geld für Essen, indem er das harte Urteil des königlichen Dekrets missachtet. Nachts bittet Jamal um die beste Zimmerdame für seine Unterhaltung und wählt Viktoria aus, die unter dem Vorwand, die Nacht mit ihm zu verbringen, allein in sein Zimmer kommt. Viktoria, immer noch darauf bedacht, dass Jamal sich der rebellischen Sache anschließt und beim Attentat auf den König hilft, versucht, ihn zu überreden. Allerdings ändert sich Jamals Perspektive, als er die harte Strafe des Königs für einen simplen Gemüsediebstahl beobachtet. Er sieht sich nicht länger als Rebell. Am Morgen wacht Jamal auf und findet eine Frau in seinem Zimmer und nimmt an, es sei Viktoria, ohne sich gegen ihre Annäherungsversuche zu wehren. Seine Annahmen zerbrechen jedoch, als der echte Bote aus der Normandie ankommt und Jamals Täuschung dem König enthüllt. Leider hört niemand zu und der Bote sagt die Hochzeit ab, da Regina aufgrund des Skandals als Herzogin ungeeignet erscheint. Als das Chaos ausbricht, wird Jamal ins Verlies geworfen, der des Verrats beschuldigt, zusammen mit den beiden Rebellen, die versucht haben, den König zu ermorden. In einer überraschenden Wendung freundet sich Jamal im Verlies mit den Rebellen an, die sich mit ihrem bevorstehenden Schicksal abgefunden haben. Ritter, einem verehrten Krieger, der für seine unerschütterliche Hingabe an die Gerechtigkeit bekannt ist. Es heißt, er habe einst einen Drachen besiegt, indem er sich mit einem goldenen Schwert aus seinem Bauch geschnitten habe und dadurch die Fähigkeit erlangt habe, Feuer zu spucken wie das Wesen, das er besiegt hatte. Am nächsten Tag, als sie sich der Menge zur Hinrichtung stellen, behauptet Jamal in einem Moment der Verzweiflung, ein Zauberer aus der Zukunft zu sein, der in der Lage ist, Feuer über sie alle zu entfesseln. In dem Versuch, sich selbst zu retten, simuliert Jamal Zauberkunst mit einem Feuerzeug, das jedoch nicht entzündet. Als der Scharfrichter schwankt und an einem Apfel erstickt, interpretiert die Menge dies als Wirkung von Jamals dunkler Magie. Jamal spielt mit und gibt vor, tödliche Kräfte zu besitzen, bis in der Nähe ein Feuer ausbricht und scheinbar seine Behauptungen bestätigt. Unwissentlich von der Menge starten die Rebellen außerhalb des Schlosses brennende Pfeile und inszenieren die Ablenkung. Unterwegs trifft Jamal auf Nolte, den einstigen Ritter der früheren Königin, der zum Trunkenbold wurde und der ihre Flucht in die Freiheit unterstützt. Nachdem Jamal Zeit mit der Rebellengruppe verbracht hat, erkennt er die Ernsthaftigkeit ihrer Sache und verpflichtet sich, ihnen bei der Stürzung des Königs zu helfen. Während er im Wald ist, beobachtet er drei Männer, die Nolte ohne ersichtlichen Grund belästigen. Um zu helfen, gerät Jamal in die Fänge der Schläger. Allerdings, durch Jamals Eingreifen aufgewühlt, überwindet Nolte seine Gleichgültigkeit und stellt sich den Schlägern, befreit dabei Jamal. Inspiriert von Jamals Mut und an seine eigene ruhende Kriegerseele erinnert, beschließt Nolte, seinen Alkoholismus aufzugeben und sich den Rebellen in ihrem edlen Vorhaben anzuschließen. Gemeinsam kehren sie zur Siedlung zurück, nur um sie in Trümmern vorzufinden. Eine klare Erinnerung an die Herausforderungen, die sie auf ihrer Mission haben, um Gerechtigkeit im Königreich zu bringen. Als die Spannungen steigen, gibt Jamal, basierend auf seinem Wissen über zukünftige Kriegsführungstaktiken, den Rebellen strategische Einblicke aus dem American Football und dem Profi-Wrestling, um sie mit unkonventionellen Methoden im Kampf zu stärken. Gleichzeitig teilt Nolte sein Wissen im grundlegenden Schwertkampf und schärft Jamals Fähigkeiten für die bevorstehende Konfrontation. Am schicksalhaften Tag des Angriffs steht die Gruppe, gestärkt durch neu gefundene Courage und Entschlossenheit, bereit ihren Gegnern gegenüberzutreten. Auf das Schloss zu, ihr Entschluss unerschüttert trotz der drohenden Bedrohung durch Percivals Streitkräfte. Ihre Optimismus wird jedoch kurzlebig. Als sie sich plötzlich von Wachen unter Percivals Kommando umzingelt finden, ihr Weg zur Befreiung scheint an jeder Ecke vereitelt zu sein. Das Schlachtfeld gerät in Chaos, als der Schwarze Ritter, der sich als Jamal selbst entpuppt, mit einem dramatischen Auftritt Feuer spuckt und die Wachen zum Rückzug zwingt. Zunächst verblüfft scharen sich die Rebellen hinter Jamals unerwarteter Verwandlung und lassen sich von seinem heldenhaften Eingreifen mitreißen. Die Offenbarung von Jamals Doppelidentität dämmert ihnen jedoch bald. Und dies entfacht eine erneute Entschlossenheit, den Sieg aus der drohenden Niederlage zu ziehen. Als Percival sich darauf vorbereitet, Jamal niederzustrecken, wird Nolte zum unerwarteten Retter, indem er sich in einen heftigen Zweikampf mit den Wachen stürzt. Mit den unkonventionellen Taktiken von Jamal im Hinterkopf führen die Rebellen einen schlauen Kampf, überlisten ihre Gegner B.I. jedem Schritt. Inmitten des Getümmels steht der König, von seinen einst loyalen Wachen im Stich gelassen, dem Spott Percivals ausgesetzt, seine Autorität durch die Leidenschaft der Rebellion zerschmettert. Mit den Kampftechniken, die er von Nolte gelernt hat, tritt Jamal in einen erbitterten Showdown mit Percival ein und überrascht ihn mit seiner Geschicklichkeit und Entschlossenheit. Trotz Percivals gnadenlosem Angriff geht Jamal als Sieger hervor und befreit Viktoria aus seinem Griff. Als er sich darauf vorbereitet, den finalen Schlag zu landen, greift Nolte, der seine Verletzungen auf wundersame Weise überlebt hat, ein und vollstreckt Gerechtigkeit mit einem tödlichen Schuss gegen Percival. Mit Percivals Tod sichern sich die Rebellen ihren Triumph und Jamal erhebt sich als der Held der Stunde. In den Nachwirkungen der Schlacht verabschiedet sich Jamal von Viktoria und hinterlässt ihr einen bleibenden Kuss, bevor er in die Heimat aufbricht. Die Königin, seine Tapferkeit und Opfer anerkennend, verleiht ihm den Titel des Schwarzen Ritters. Jamal erwacht in den 2000er Jahren, von Rettungssanitätern und seinen Kollegen im Freizeitpark begrüßt, die ihm seinen beinahe tödlichen Unfall im Graben erklären. Trotz ihrer rationalen Erklärungen ist Jamal überzeugt, dass seine Reise mehr als nur ein Traum war. Perspektive auf die Arbeit ändert sich drastisch. Einst von finanziellen Motiven getrieben, erkennt er nun den Wert seines Wissens über die mittelalterliche Welt. Mit neuer Leidenschaft präsentiert Jamal seine Ideen dem Parkbesitzer und verwandelt den Park, um seiner mittelalterlichen Thematik treu zu bleiben. Beim Spaziergang durch den Park begegnet er Nicole, die Viktoria verblüffend ähnlich sieht. Jamal verfolgt sie hastig, um ihre Nummer zu bekommen, stürzt jedoch erneut in den Graben. Zu seiner Überraschung erwacht Jamal im Kolosseum des antiken Rom und sieht sich der unmittelbaren Gefahr hungernder Löwen gegenüber. Leider erhielt der Film scharfe Kritik von den Kritikern und brachte keine Fortsetzung hervor, was Jamals Schicksal ungewiss lässt und möglicherweise sein Ende bedeuten könnte.